Jetzt müsste es besser sein und damit hallo und herzlich willkommen zurück zum Livestream von Fire Emblem 3 Houses. Wir haben noch ein bisschen Sachen vor uns und zwar genau hier wie es aussieht Wir haben noch ein bisschen mehr Zeit. Wir haben noch ein bisschen mehr Zeit. Wir haben noch ein bisschen mehr Zeit. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Und ja, wir sind eigentlich schon Oh ja Er ist schon im Kloster angekommen Ressourcenbeschaffung Und wertvolle Geheimnisse Ja, dann machen wir direkt hier weiter Würde ich auch sagen Ähm, das erste ist, was wir natürlich immer machen Wo ist Gebert? Gebert ist da Hä? Hä? Katharin und Felixe Die müssen auf der Hut sein Ich zermalme sie wie ein rostigen Helm Ultra-Schwertkunst-Turnier Uhuhu Äh, ja Gefohlener Level 40 oder höher Intimer Siege gibt's als Belohnung 64 Kp Wie viel hast du? 53 nur Ich würde das ja selber machen, aber Ja, nehmen Katharin natürlich Sie hat die falsche Klasse dafür, ne? Egal So, Schwertmeisterin Schaffen wir easy Viertelfinale schon Assassine Keinen kritischen Wert Okay Easy Falkenritterin Das selbe, was wir haben Glaube ich Sieht zumindest aus deiner Haut So Totenpriesterin Zehn Schaden Hat aber kaum genauer Ich kann jetzt ein Treffen Easy Ja Ja Das war's Easy win Bist So, da ich ja mehr Unterstützung haben will. Für mich nicht mehr. Dimitri hat auch nichts mehr. Redu auch nicht. Ah, du musst mit den dreien, okay. Oh, mehr zählt ist nur noch mit Lorenz. Braucht auch nur noch zwei, okay. Bei Dimitri ist es ein bisschen mehr. Kannst du mit Leonie, okay. Mit Lorenz. Ah, da wollten wir mit Hanneman was haben, genau. Oh, die könnten zusammenkommen. Oh, das ist ja süß. Das ist sehr süß. Mmh, mmh, mmh. Tessif. E3 auf jeden Fall. Mhm. Klein. Nur noch mit Ignaz, okay. Theoretisch könnte ich auch mit Lorenz das noch machen. Ja. Ja. Hallo, es ist mal durch, sage ich. Geh wer drauf. Batterien mit Sesself noch. Nehme ich auf jeden Fall mit. Im nächsten. Aimsu. Aimsu. Shami ist auch okay. Das sieht auch okay aus. Gut. Ähm. Ja. Ziele, genau. Das wollte ich gucken. Habe ich überhaupt Geschenke? Das ist viel eher die Frage. Nö, dann habe ich natürlich nicht. Ja. 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 Tja. Einmal wurde das falsch ausgewählt. Dann gehen wir wieder ins Slackgebiet. Ach, ich habe gar nicht geguckt, ob es Tio hier gibt. Komm, sprech den scheiß Hund an. Geschenk. Tja. Mit 3. So. Kritik. 7.59 krass krass die werte 56 kp glück, verteidigung, resistenz, scham, stärke, alles auf grün anbenelt das in-dech-wappen gelegentlich folgt auf den waffenangriff ein folgeangriff sturm drachen kraft anbenelt das wappen der bestie erhöht manchmal kraft von waffenangriffen schi-schuhe 2 weisenritter holy macaroni würde ich dazu nur sagen also ich habe so eine vermutung wem der charakter gehören könnte wenn ich hier an nette level 99 gucke dann auch hätte ich auch hier vermutung krass krass sturm drachen kraft in drachen kraft anwender erhält das makuil wappen erhöht gelegentlich kraft von magie angriffen kraft axt, schwert, vernunft, glaube, autorität new dlc ultima siegel ach level 50 wieder so viel grün sturm drachen wasserdrachen kraft wieder schnitter wieder falkenbretter und wieder critical die haben alle ultima siegel drin wasserdrachen kraft wahnsinn leute waaat scheiße Ey, da ist alles S+. Und ich dachte, ich hätte keine Hobbys. Ach du heiliger Mist, ey. Ich würde ja sagen, ich weiß, wem das gehört, aber... Uh, 8100 Gold durch Verkauf lokaler Spezialitäten verdient. 140 Gold als Anheuerungsgebühren verdient, Lanze verbessert, Insektenlarve erhalten. Krass. Krasser Shit, ey. Krass. 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 Ähm, Hatsu? Aber meistens sind die zwei Katzen gleich. So... Keiner da? Ah, stimmt! Stimmt, da war was. Items! Eroden-Relikt Riga, ein Wappenträger kann Gefallener Stern verwenden. Frage ist, könnte ich das tatsächlich fragen? Nein! Wir haben aber auch wieder Dings-Items bekommen, ne? Wir klicken Dauer von 4. Ja? 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 Ich würde dir tatsächlich mal ein bisschen mehr Glück geben. Beteiligung. 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 Ja? 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 Komm, du kriegst auch noch mal ein bisschen Magie dazu. Ja? 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 Gotcha. Gut. 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 Und Dorothea steht da wieder. Super. Das ist ein... Ich habe das ein... Ich habe das ein... Ich habe das, was ich, was ich. Hörst du? Ich hab das, was ich, als ich, irgendwie, die Geschichte, um, aus kürzeln zu sein? Ich hab das, was ich, die, die ... und ich hab das. Also, das ist, die Schmutzin, der sich, Unser Gesichtsausdruck da drauf so völlig neutral. Wir können nur noch beten. Ich bitte für euren Sieg und die Allianz existiert nicht mehr. Ja, die existiert nicht mehr. Ich will es nicht wahrhaben. Es wird Hilfe bei der Sicherung von Ressourcen benötigt. Magistra, helft ihr uns dabei? Sorgen die benötigen Ressourcen. Was brauchen wir denn? Einmal Zwiebel und Albinerhering. Rabinerhering habe ich genug, dann fehlt mir die Zwiebel. Äh, ich habe doch die Zwiebel. Willst du dich verarschen? Okay. Ich würde schon sagen. So. Ist auch ein motiviertes Fakt. Wer merkt so, als er es einmal fällt. Kann mir ganz schön viel beibringen. Schlecht. Äh, was war das noch gleich? Schlecht. Okay. Ich bin krecht. Sprech. Sprech. Das war's für heute. 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 So. Das war's für heute. Wenn ich... Wenn ich... Ja, okay. Händlerin... Also... 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 haben... Ich... 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 Okay... Ich... 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 Kann ich den Hund? Ja. So, Magiekristall, ja, es wäre cool, wenn du Guckelmetall verkaufen könntest. Und dann, könnte ich nicht mehr Taten. Aber auch wenn du gefeiert hast, dann kommen zum nächsten Mal. Ich bin noch nie in der Zeit. Aber ich denke, ich glaube, Sie sind leidig. Auf dem Schnellfeldschein wertvolle Geheimnisse zu seinen sieben Stück, ja, kriegen wir ihn. So. Erstmal gucken wir, was Engels Robi überhaupt ist. HP, dauerhaft um 5. 63, 74, 92, 53, 53, 64, 49, 49. Braust auf jeden Fall mehr. Habe ich die letzten Male gemerkt. So, Geheimladen. So, Geheimnis. Ich bin jetzt noch ein paar Jahre alt, aber ich bin jetzt noch ein paar Jahre alt. Rigan Feles, nach Cloud benannt, sehr schön. Aymura, Bier, ah, okay. So, Riyu. So, Riyu. So, Riyu. Von Freidares wahrscheinlich. Trier. Tigerstall, Tigerstall ist gut. Trier und Tigerstall, das war ziemlich gut. Knappe. Gibt dein Bestes, das Kaiserreich. Endlich. So, Riyu. So, Riyu. Goldene Apfel. 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 Goldene Apfel.